hey leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge last mine standing diesmal ist der gute kona wieder dabei ja ein neues gesicht ganz neues mal die lx3 nehmen mal gucken so schön wieder lms zu spielen ja 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 wie ich allein gespielt habe was das schöne war ich habe genau hier bin ich auch gespawnt und hat eine creeper bekommen aus was so geil okay ein der schönsten moment in meinem leben ja hättest du hättest du mal festgehalten ja zum beispiel mit dem let's play video ja ja so ohne kone ja war schon was war schon was und rennt ja einfach so raus weißt du ich bin noch nicht mehr richtig aber du bist weitergelaufen jetzt müsste gleich jemand zu uns kommen und von von wo von wenn du richtung südmeier schaust noch ein weißes aus ja ich sehe schon ein der kommt her der kommt her der kommt ja jetzt mutig sein mutig sein der andere ist noch hinten irgendwo hast ihn ja einen habe ich nummer zwei läuft noch erwischt kona du bist ein tier ja bitte zwei kills gleich am anfang gute starten also besser kann sich laufen du um ehrlich zu sein so jetzt gehe ich mal ausrüsten oh 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 kona ich habe gerade von der creeper geredet ich habe sie einen auf grad gespawnt wieder glaubt ihr nicht ja schwöre bei gott schwöre ich schwöre wo doch mal wer hier sind das ach die ja schön dass das freut mich dass du die hast ja ich muss mit einer schmierigen mmp hier klarkommen ja ms4 meine entschuldigung ja dass die mxs5 verdammt ist besser die waffen kona nimmt bewusst nicht die besseren waffen ich verstehe ich nicht ja weil ich beweisen möchte beweisen möchte sich der gute krömer möchte auch mal gern hulk und hoogen sein da man hier nichts kona läuft schon ich glaube ich läufe mit ich läufe mit ja ja du läufst mit wäre richtig ja 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 nein ich laufe mit du läufst jetzt läufig okay das war das also da haben sie schon gelohnt von der kompensier aber munition haben sie reichlich liegen lassen gönnen wir uns bei killers gönnen wir uns denke das habe ich schon viel zu stück alter also ich muss irgendwie überleben hast du irgendwas zur heilung äh pillen mehr hab ich nicht wartiert ich trau dir was wo kommt die sohne eigentlich wo sind wir eigentlich da ja danke 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 ich denke mal der lud liegt hier weil es ja gerade gespawnt ist wieder ne ja ja von mir aus können wir auch schon das gebäude verlassen und weiter in die freie natur hinaus strömen alles klärchen kona kommt nein nein nicht darüber komme ich wollte nur gucken gucke ich nicht so viel jetzt mal du guckst schiffst du ja ja ich wüspe ja nicht ich helfe nicht das sagt genau der richtige ich helfe immer ja aber du kannst maus maus spinnt maus spinnt so jetzt geht's wieder wenn das im fight passiert dann gratuliere ja dann bist du erst tot dann hier wir laufen jetzt direkt zum ding sind zum kampf was gehört so kampf nein ich meine schiffst du hast gehört nein die kamen jetzt von südosten ich habe ich habe ich behaupte mal einen gesehen zu haben südosten mit einem berg war da einer aber ich behaupte es nur ist das so aus ja es war bestimmt einer osten ok osten ich möchte jetzt nicht so offen hinlaufen du rennst grad so über die straße als wärst normaler fußgänger ich bin normal fußgänger nur bewaffnet ja das ist normal ist da wo ich herkommen rennen die leute auch mit der aka und sonst ist ja bei mir auch also ich also letztes supermarkt hatte auch einen äh raketenwerfen rücken also kein problem aber wenn jetzt kam einer mit der blume in der hand der wurde gleich zusammengeschlagen ja der fuhr der gleich eingeliefert natürlich auch geil wenn alle mit waffen herlaufen und ich sage er wurde zusammengeschlagen wir greifen so die einfachsten mitteln oh Chris ich sterb doch gleich wieso ja wenn die schüsse sind alter bei mir ruckelt zwischendurch ehrlich bei mir ist alles flüssig weiß gar nicht warum ja ist auch bei mir okay es leckt also nicht nur bei mir ja wo bist du denn ich bin zwischen den containern ich weiß nicht wohin laufen soll ehrlich gesagt nein aber ich weiß nicht woher genau die schüsse kamen naja von hier irgendwo hier irgendwo schon mal nicht schlecht ne ich möchte auch nicht ein also die schüsse kam bestimmt irgendwo unten der oh war eine granate glaube ich ist hier nicht eine ordentliche waffe für mich hier ist doch nur kacke gehen wir den berg rauf wir gehen berg rauf ja ist mir lieber da mal wenigstens übersicht ja wenn einer vom berg runter schießt auch scheiße ja das wäre jetzt kacke hinter uns ist auch alles safe würde ich mal behaupten ja ich sehe nix ich hab eigentlich da schießen schon wieder im nähe irgendwo will die acx haben der kone ist mir nicht zufrieden nein kone ist noch nicht zufrieden langer die acx hat das alles vorbei da ist noch kein bündchen hoff da wird ja mal lauter hier mit den schüssen ja da unten bei dem gebäude irgendwo die docken rumlaufen also auf einen kurzen blick hier wo wer und wann ist dann und beim haus war das ich sehe aber nur ihn die wetter das uns verraten müssen wir schnell den turm rauf also im air job würde ich ungern also denke ich jetzt auch nicht nein da gehe ich nicht um das ist selbstmordkommando hoch 10 da habe ich echt immer schieß wenn wir hier sind ja weil jetzt sind wir die angearschten im moment glaube ich so acx bitte danke so geben turm rauf warte warte ist so viel munition chris kannst du liegen lassen ja nimm nur mit ja aber lass mich alleine ich will nicht sterben ich bin alleine nein nein jäh er redet schon zum turm vor ich breche ab ich bin schon drinnen ach so ist er schon drinnen er ist drinnen ganz tief ok ok jetzt fall ich runter oh da hatte ich bitte oh ich auch gleich das war ja jetzt richtig doof gewesen hier oben schon einer ist alter ich würde so lachen nein ich traue um dich so ich gucke mal zurück und da wo ich herkam sehe ich einen rechts ist auch keiner es juckt es juckt im nacken ach so im nacken ich dachte schon ich würde jetzt nicht so weit rechts schauen wenn einer im denkelboden ist der ball dich weg da ist keiner bin ich ganz ganz sicher ok hier ist keiner hinter uns kommt keiner mehr alle schon weg oh wir müssen laufen gleich ich habe diesmal nicht so viel glück das gibt es nicht das gibt es nicht genau auf der beschissenen seite ganz drüben im osten musst du am wenigsten laufen ja das stimmt aha aha was aha ich würde sagen bei 20 sich unten laufen wir runter ne ok machen wir machen wir gerne wo waren die airdrop süden südwestend südosten ne ah da hinten ja drüben bei der straße ist er sag ich doch oh jetzt müssen wir laufen oh so schon unten oh hier gefällt es geht es wieder ja ist er nicht weit ist er nur ein kleines stück ganz kleines stück letztens wie wir hier waren sind wir rechts vom lagerhaus herausgeschossen worden das weißt du ja noch also jetzt aufpassen und auge draufwerfen weil da stehen sie ja gerne ein auge draufwerfen ja aber nur eines das zweite brauchst du noch achso ok oh gehen wir rüber ja komm gehen wir rüber das ist safe sofern halt keiner drin ist das ist safe na ich also der wäre schnell ausgestürmt bei uns in lauten Schritten glaub ich oder er hockt bis wir reinlernen und puff keine ATX der füllt diesmal nicht meine Runde glaub ich Kona du hast schon nen Kill ich weiß ich weiß ich weiß du auch großer du auch du hast aber zwei hier ist ein distanzgriff für dich für stabilität hier 23 spieler Kona läuft doch wo läufst du hin also schießt auf uns der schießt hier der war der war nicht weit weg von uns hier ist die Bison scheiße er schießt auf mich er hat auf meinen Container geschossen also er weiß dass wir da sind aufpassen da gehst du von wo es kam von Südosten also gegenüber von der Straße Südosten Südosten da ich sehe da kein wir sind genau richtig weg hier wir sind richtig gearscht du laufen wir da rüber warte ich krieg Müll noch hier warte wir haben jetzt viel Zeit zum warten ja aber ich wollte ja jetzt hat er uns bestimmt schon mit dem Sichtfeld schau wo er steht ne die Kraken alles klar ich wollte das Schild hinstellen scheiße ich auch aber ich bin viel zu lang zu gewesen ja ich auch oh 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 wir sind tot scheiße aber zwölfter wir haben es fast in die Top Teil geschafft ja fast also fast sehr fast was haben wir an EP bekommen oh ja bitte 86 EP das ist ja fast nichts na schön Leute das war's mit der Folge danke fürs So-Sein wenn es euch gefallen hat dann lasst doch eine Bewertung da und bis hin in der nächsten Folge wieder bis dann Tschüss Tschüss